Ja hallo, hier ist Ur Ecker aka SubZeroUr. Wie ihr wisst Ende Juni erscheint mein neues Musikvideo zu searchen. Props auf jeden Fall an High-Color Pictures, die gerade mein Musikvideo zu Zeilen aus Eis gedreht haben. Euch erwartet noch sehr viel. Props an meine Supporterin Dilara Jumbul und Gülo Ketur. Ihr werdet noch von mir hören.